Jetzt. Hi. Guck da, zeigt den Kopfball. Zwei Stück. Nicht die Füße. Doch, die Füße. Also, 12.20 Uhr ist der Abflug. Und Boarding-Time wird so um die 11.45 Uhr sein, ungefähr. Wir trinken noch einen Kaffee und tun jetzt in der Schlange anstehen zum Einchecken. Tschüss. So, der Rolf fährt nicht mit, aber er hat uns wenigstens hergefallen. Lächeln. Lächeln mal. Was ist der Kaffee? Was ist der Kaffee? Bo Avatar. Ureggenbach. Fischkirche. Wetter. Jahrhundert. Fischkirche. Du Reis. Vier Hösch. Wir fliegen jetzt nach Frank-Landamica, ein bisschen Verspätung, aber hoffst, dass wir die Freizeit rutschen. Wir freuen uns. Bis bald. Manuel, guck mal. Manuel. Ja, ich geh gleich. Hi. Da ist der Rolf. Sieh ich den da oben? Ja, ich geh gleich. 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 Ja, ich geh jetzt los. Ja. Ja, ich geh gleich. Ja, ich geh gleich. Ja, ich geh gleich. Das war echt heftig, jetzt sind wir doch eingestiegen und geflogen, ja und jetzt mittlerweile haben wir noch eine Stunde, wir kommen gegen 18 Uhr Ortszeit von Palma an und jetzt im Moment befinden wir uns gleich über dem Meer. Da unten ist das Meer, man kann es sehen, unter uns, und die Winde, wenn ihr so schautet, das sind anscheinend die Ozeanwinde oder so. Okay, so, wir landen jetzt, es ist, wenn wir ankommen, 18 Uhr, da unten sind Schiffe, große Schiffe. So, wir landen. Zehn Minuten zur Landung. Da ist die Bundesstraße und die Wohnsiedlung. Jetzt werden die Räder rausgefahren, man hört es. So, wir haben es geschafft, mit einer Maschine mit Flugschaden, äh, Vogelschaden zu landen. Jetzt kann es nicht mehr schief gehen. Siehst du Schatz, wir haben es geschafft. Kurze Dank. Die Angst, nie weggeflogen. Ich hätte es bereut, wenn ich nicht eingestiegen wäre. Jetzt wurde aber geklatscht. Jetzt wurde... So, wir sind angekommen. Dieser Bus hat uns rechtzeitig hergebracht. Manuel, sag was. Happy? Ja. Und hier drüben sehen wir das Melia Tamarindus. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt angekommen. Die allerersten, die er jetzt hierher gebracht hat von der ganzen Bus-Gesellschaft. So. Melia Tamarindus hat uns wieder... Wir sind angekommen. Auf Gran Canaria. Ja. So. Wir sind jetzt im vierten Stock. Und wir wollten ja eigentlich eine höhere Etage nehmen. Jetzt habe ich lange diskutiert. Die meinten, das wäre eine andere Kategorie. Aber morgen ziehen wir nochmal um in den fünften Stock. Wir sind jetzt angekommen, nach dem vierten Stock in der Turmine. Wir haben es überlebt. Und jetzt essen wir erstmal, morgen geht's in ein anderes Zimmer. Change. Sing. Okay. Jetzt tun wir was essen. Hier ist das Obst. Und hier ist die Käse. Dann gibt's dann Pizza. So, jetzt sagt. Die Nudeln. Ja. Danke. So, bitte Salsa. Danke. Danke, Salsa. Miesa, Cardonelle, Pate Nham. Danke. Wir sind jetzt am Frühstücken und nachher ziehen wir einen anderen Stock. Okay, und die Aussicht ist ganz toll heute. Und in Deutschland regnet es. So, Pfannkuchen. Ist immer Pfannkuchen, gell? Und da waren wir schon an den Pools. Wir haben schon Handtische hingelegt. Und heute ist echt zu viel Wetter. Und die Kakteen werden auch immer größer. So, wir haben heute nach dem Frühstück zum Rezeptionszimmer gegangen. Wir hätten auch durchaus im fünften Stock ein Zimmer kriegen können. Die sind ja renoviert worden und teurer, was wir nicht wussten. Wir hätten jetzt gratis ein Zimmer im fünften Stock gekriegt. Aber es hat gerochen nach Farbe. Jetzt sind wir doch hier in dem Zimmer geblieben. Und jetzt fühle ich das Zimmer und den Manuel noch kurz und dann gehen wir endlich baden. Ich habe jetzt noch schön aufgeräumt. Also unser Ausblick vom vierten Stock sieht so aus. Alles immer noch so wie früher. Und aufgeräumt haben wir jetzt auch. Vorher standen überall die Koffer. Aber wir wussten ja auch noch nicht, ob wir bleiben. Manuel, sag mal Juhu. Gehen wir jetzt baden? Lang genug gewartet? Ja. Die Matratze ist schon aufgeblasen. Und das Bad. Hat sich auch nichts geändert. Manuel hat die Matte aufgeblasen. Und wir, was machen wir jetzt? Wir gucken jetzt, dass wir ans unseren Platz gehen. Und hoffen doch, dass die Handtücher noch da liegen. Dass die keiner weggenommen hat. Nee, ich mache jetzt keinen Fitness. Nee, muss nicht sein. Weil die Schwein doch das Handtuch noch da liegt. Nein. Nein, ist nicht da. Okay. Ja, habe ich reserviert. Jetzt geh mal hin und guck, ob die noch da sind. Ja, die habe ich beide reserviert. Also, dann leg dich mal hin. Also, earthen. So, alles noch beim alten. Immer noch gleich. Und wir haben heute Morgen reserviert. Und jetzt sind die Handtücher doch noch da. Ich komme, warte. Willst du dich nicht kurz abduschen? So, setze ich mich noch mal hin. Wirst du entscheiden? Normal duschen wir kurz. Pass ich nicht. Und? Was? Kalt. Nein. Doch, doch. Jetzt hüpft. Ui. Aber weh du. Und? Kalt. Ach. Ist doch schön. Es ist kalt. In Deutschland regnet es heute. Es ist kalt. Ja. So. Das sind immer noch die Palmen. Für alle. Und da ist unser Platz. Direkt reserviert. Und immer noch nach drei Stunden die Handtücher immer noch da gelegen. nicht. Ja. Kannst du es? Und? Ja. Ja. So würde ich nicht drauf sitzen. Ich würde auch reingehen. Hey, wie elegant. Elegant. Hey, dann funktioniert die Matratze ja doch noch. Genau. Du hast ja gesagt, du hast ein Loch. Nein, gell? Nein, es ist kein Loch. Nein, es ist kein Loch. Nein, es ist kein Loch. Haben wir Glück. So, die Mini-Abschläge haben wir uns jetzt geholt. Und der Manuel hat einen Schlag reingemacht. Und jetzt holst du den Ball und versuchst es wieder, gell? Okay. Und nicht sein zu müssen, dass die Handtücher sich aufschütteln. Ja. Da kann ich schon ausgehen. Nicht sein. Okay, die Mama versucht jetzt den Schlag reinzubringen. Okay, eins, zwei, drei. Hey. Knapp da nicht. Ein bisschen Wasser. Okay. Nochmal. Versuche nochmal. Hi. Arbeitst du schon da noch jetzt? Und, wie war es heute? Gut. Okay. Und so sieht es aus. Um 19 Uhr. So. Also. Es ist jetzt gleich 19 Uhr. Wir waren heute am Pool. Und dann waren wir... der Manuel war dann auf dem Zimmer. Genau. Ich war joggen. Noch ein bisschen im Fitness. Und jetzt sind wir aufs Zimmer gegangen. Und jetzt haben wir uns hübsch gemacht. Ja. Und jetzt gehen wir dann was essen. Und da ist die Aussicht. Okay. Okay. da lang. Was machen wir? Ach doch. Und jetzt gehen wir raus ans Meer. Da haben wir nämlich noch nicht gefilmt, gell? Nein. So. Ich habe eine Karte dabei, falls wir nicht rauskommen. Kannst du nicht rausgehen? Ja. Mit Karte kann man auch nicht rauskommen. Hier wurde nur eingestellt. Nee. So. Hier muss man die Karte einstecken. Und dann kann man raus. Ich habe das aufgekriegt. Aber nur weil uns jemand geholfen hat. So. Also Manuels Wunsch war, dass wir ans Meer heute gleich gehen. Wir sind zwar gestern mit den Füßen drin gewesen abends beim Zurücklaufen. Aber so richtig drin war man noch nicht. Das stimmt. Heiss, gell? Für die Füße. Da kommt nichts weg. Ich hab noch den Füßen drin. Dann ist es in Ordnung. Dann ist es dran und freigetelt. Ich hab noch eine Karte hier. Bei mir. Ich hab noch den Füßen drin. Ich habe mich verbunden. Ich habe mich verbunden. Ich bin Our primeiro Eins. Ich hab mich immer trensiert. Ich habe mich. Ich bin hier. Ich habe mich. Ich war schon jetzt hier. Ja. Ich bin jetzt hier. Ich bin erste Mal. Das ist eigentlich gut. Ich hätte es feiner einmal hergefilmt, gell? Ich hätte es feiner einmal hergefilmt. Haha! Wir trinken jetzt einen gefühlten Bähling. Die Kerze von Gran Canaria. Kürbiskerne, der iPad. Und jetzt tue ich hier ein bisschen Bählings trinken. Ich sitze jetzt mit Manuel hier und wir gucken noch ein bisschen YouTube und hören der Musik zu. Okay, danke. Da hinten ist das Meer. Man sieht die Wellen. Ja. Tschüss. So, Manuel kriegt eine Cola. Heute war keine Show. Aber wir machen jetzt unsere Balkonshow. Man hört ja das Meer rauschen. Und wie nicht schon öfter ist alles heller leuchtet. 25, 26 Grad. Mindestens 30 Grad. Ja. Mindestens. Ja. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Las Palomas. Zu dem Park Los Palmitos. Da gibt es Tiere, Palmen. Und wir fahren heute mit dem Bus. Und hier ist der Manuel. Jetzt guck Manuel. Ich freue mich. Willst du dich? Da gibt es ganz viele Tiere. Sag mal Hallo. So, wir nähern uns jetzt dem Park Los Palmitos. Wir sind jetzt komplett aus Mas Palomas rausgefahren. Und wir hätten jetzt nicht gedacht, dass der Park doch etwas ist. abgelegen ist. Wir sind ja mitten in der Pampa. Gut, dass wir den Bus genommen haben. Weil das hätte mindestens 20 Euro gekostet, wenn wir das alles mit dem Taxi gefahren wären. Und so haben wir nur 2 Euro bezahlt. Und ich hoffe, wir kommen bald an. Wir sind jetzt in dem Park Los Palmitos angekommen. Und wir sind ja wirklich in der letzten Pampa. Guck mal da oben. Wir sind, ich glaube, über eine halbe Stunde gefahren. So, jetzt gehen wir rein. Nog notice Lago. Wir sind ja glänse da, grano. Super Ego. Wir sind ja glänse da! St. Ernster, der ant puisque nome Lago Mir. genau yaz is übers mapa gehört. Wir sind ja glänse da, wo sie wären und deveu. Danke schön. Y a tu sitio. Los amigos Pablo, al lado de los ha sido Palmitos. Gran artista. Los vamos a ver en acción pintando. Arriba más. Er. Buen vuelo. Guterraiser. Despegando. Desabiliza Coco. Tengo 14. Fantástica. Bravo Coco. Quisando al club. Aterrizando. Fantástico. Programa profesional. Saludos al público. Gracias. Coco. Coco Albus. Coco. 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 Un poquito de gris. Chucatas. Zsani Bassi. Guau Coco. ZFerrari. Y la van a armar en playa inglés e información. Reclao. Venga. Ich habe den Kopf gemacht. Ich habe den Kopf gemacht. Ich habe den Kopf gemacht. Auf der anderen Seite. Paparazzi. Interessant. Interessant. Wir holen die Hände. Ihre Gaffens. Einmal ein. Okay. Wir haben jetzt eure Ideen raus. Ein Krokodil. Guck mal her. Guck mal zu den Delfinen. Wir sind jetzt im Los Palmitos Park. Äh, Palmen. Und hier ist ganz super toll. Ich halte den ganzen Verkehr auf. Okay. Hier ist noch ein Foto. Ich bleibe stehen. Und hier ist ein wunderschöner Park. Total abgelegen. Von der Stadt. Man kann es echt empfehlen. Und gerade eben haben wir uns mit Papageien fotografiert. Wir werden auf jeden Fall die Fotos abholen. Das waren mindestens sechs Papageien auf unseren Schultern und in der Hand. Und das Foto lassen wir uns nicht entgehen. Wir laufen jetzt durch den Park. Und da unten gehen wir runter zur Delfinschau. Ach, siehst du das da hinten? Ja. 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 Das ist ein Rockett Mordi, okay? Alles klar, wir sehen uns den guten Wettbewerb. Die Dolphins hat sich gut gut. Und jetzt sind wir alle zusammen. Come on everybody! All together, come on! ... ... ... ... Wir sehen uns die Unterschiede zwischen Mädchen und Mädchen. Die Mädchen haben zwei Genitales und die Zefras haben vier. Die Mädchen haben zwei Abzüren und die Mädchen haben vier. Nun kann es noch nicht sehen, dass die Bezüge mit 84 Bezüge benutzt werden, die sie benutzt werden, um den Peskopf zu holen, und dann sie es ohne Mastic zu holen, weil sie drei Bezüge haben. Die Mädchen haben 84 Bezüge. Wir benutzen die Bezüge. Die Bezüge. Ja! Ja! Das war's für heute. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 4 1, 3, 4, 4 1, 3, 4, 4 1, 3, 4, 4, 4 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 4, 5 1, 4, 5, 5 1, 3, 4, 5 2, 4, 000 1, 4, 5, 5, 5 1, 4, 6, 6, 5, der geht nachher ins Wasser. Es ist wirklich nichts los im September. Man braucht keine Liegen reservieren. Es ist einfach immer alles frei und auch um die Jahreszeit sehr ruhig. Und wir machen uns jetzt noch den letzten Badetag. Wir haben zum Beispiel drei Liegen hier für uns allein. Aufnahme macht es schon okay. Wir haben heute den letzten Badetag. Morgen geht es wieder zurück und wir genießen den Tag heute noch hier am Pool. Es bleibt nicht so viel los im September. Alles ruhig. Ich habe schon gesagt, dann kann man sich nicht raus suchen. Und ja, einen Tag haben wir noch. Okay, danke. Sollen wir mal zurück? Sollen wir mal zurück? Okay, jetzt aber richtig. Okay, wir suchen jetzt zu packen. Ja. Ja, ich spiel mal einmal richtig. So, jetzt. So, nochmal. Weiter. So, ja. Weiter. Ja, ich spiel mal. Na, mal. Letzschmal. Ja, toll. Jetzt. Okay. 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 Das war's für heute. Wir brauchen sich nicht die Hey, 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 baby. I wanna know if you'll be my girl. Das ist ein Rock. When I saw you walking down the street. I thought that's the kind of film I like to meet. She's so free to look just fine. I'm gonna make her mine, all mine. Hey, hey, baby. Hey, hey, hey. I wanna know if you're going to meet her. Hi, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mit der Matratze und werden ein letztes Mal ans Meer gehen. Und Manuel freut sich schon, weil die Mama hat jetzt Sport gemacht. Und jetzt geht sie ans Meer. Mit dem Manuel. Und leg los, gib Gummi. Und hier sehen wir noch mal die kleine Bucht hier, Manuel mit seiner Matratze, wir sind ganz froh, dass wir die dabei hatten, weil wir konnten uns auch am Strand immer wieder drauflegen und den Pool auch. Da vorne ist Rotkreuz und wie man sieht, verbringen wir noch einen tollen Tag. Und ich muss bloß auf die Steine aufpassen, gell? Oh, da kommen Wellen an. Beim Don Gregory Hotel da vorne, da war also der Strand ein bisschen länger. Die Mama traut sich eh nicht ganz bis dahinten hin, die ist immer lieber gern in Strandnähe. Ja, und so beenden wir den letzten Tag am Meer. Und Manuel gefällt's. Und der Manuel, der hüpft jetzt von Welle zu Welle. Komm immer wieder groß hier an. Er winkt. So, jetzt haben wir halb elf, am 11. September. Ja gut, 11. September. Jedenfalls packen wir jetzt den Rest vom Koffer. Der tolle Urlaub ist vorbei. Und ja, wir freuen uns den Film jetzt anzugucken und erinnern uns an das tolle Hotel. Und ich bin mir sicher, dass wir wiederkommen. War ein schöner Urlaub. So, jetzt ist es gleich 16.40 Uhr und wir starten jetzt von Gran Canaria nach Friedrichshafen. Gleich geht's los. Die Motoren sind schon an. der zweite canopy ist tonight auf dem Flugzeugtaktuell. Ja, joci. Dann besongo den Film jetzt, auf jeden Fall auf el maz半掉. Amen. Das ist gleich für die Bühne, aber es gibt noch die Bühne. Wir haben eine Frau als Co-Pilotin, die wird auch Kinder haben. Jetzt geht es los, richtig? Jetzt machen wir immer noch eine Kurve. Ich dachte gerade, jetzt geht es los. Jetzt aber wird es los. Jetzt geht es los. Jetzt! Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es nach oben, oder? San Canaria Tschüss, machs gut Dann ein heißes Abendessen, heute eine Gebüse der Sange Nach Städtinnen und Regenbremse nochmals zur Verfügung Mit dem Pufferlauf haben Sie mögliche, das Städtinnen und Regenbremse auf dem Pufferlauf soll die Menschen einzukaufen und circa eine Stunde vor der Landung Städtinnen und Regenbremse nochmals zur Verfügung Wir wünschen uns damit Ihnen nach dem Pufferlauf und Teilzimmer unter Bord Ok, ciao, ciao So, wir haben jetzt halb neun und die Sonne geht runter Jetzt schauen wir mal Wir sind halb Und um 10 kommen wir ran 22 Uhr Was war das für eine Landung, erklär mal Eine Platte Eine Platte-Landung Wo? Ahhhh Ich müsste meine Socken ausziehen Da war die Landung härter Manu? Das war ne kleinere Maschine Oh Gott Filmst du mich mal? Wir sagen, dass die Landung ziemlich hart war Aber wir sind wieder in Kürtlis-Hafn Jetzt wollen wir uns wegkaufen Tschüss Lauf Ja schon Wo ist der lieber Wolf? Wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Ah Ah, Hux Hi Wieso viel kaffierst du mich jetzt? Du bist immer bei einem Friseur gewesen, gell? Du bist immer bei einem Friseur gewesen, gell? Haha